Die Musik dahinten, die Glarscherben setzen sich wieder zusammen. Was ist das denn? Die Schinne kann ja nur das Ding jetzt öffnen. Sie kann ja die Zeit zurückdrehen, oder? Wirklich? Das war ja... Warte, wirklich? Was ist das denn für ein Rätsel? Ist ja deppert. Du kannst alles wagen. Um Gottes Willen. Sie erklären es wieder fünf Minuten lang, etwas, was ich in zwei Sätzen erledigen kann. Und dann wundern sie sich, dass die Leute sterben. In der Zeit. Das ist bei Detective Con auch immer so. In den Animes nehmen sie sich auch immer die größte Zeit der Welt. Bis sie eine Tür öffnen, obwohl dahinter irgendwer geschrien hat. Da sind sie immer so... Ein Schlüssel! Ein Schlüssel! Und wenn man macht die Tür öffnen! Keine Zeit für einen Schlüssel! Die Leute, das gibt es ja nicht! Timing! Ich weiß nicht, wovon er redet. Okay! Okay! Noo! Das wäre schon sehr viel Glück. Das stimmt, okay. Das stimmt sicher nicht. Ich bin der Schlüssel! Ich bin der Schlüssel! Ich bin der Schlüssel! Der Schlüssel! Ich verstehe nicht, was ich weiß. Ich weiß nicht, ob ich es richtig verstanden habe. Ich muss es nur versuchen, das zu machen. Na ja! Ich muss es nicht so aus, was du dir in den Schlafplatz wirst. Und du bist so, dass du das Handy sprach, okay? Und du bist so, wie es passt. Du hasst schon einmal. Arme Schwein. Okay. Nein, das kann ich nicht versprechen, gute Frau. Das Ding ist ja, es kann ja nicht mehr so viel falsch werden, weil du kannst, wenn die Mitte es nicht ist, dann kannst du ja nur rundherum gehen, oder? Oder kommt es darauf an, von welcher Richtung du auf die Platte trittst? Weil, wir fahren nach vorne. Und wenn wir nach links fahren, dann können wir ja nur nach vorne fahren. Und wenn wir nach rechts fahren würden, auf die mittlere Platte, dann wäre das ja sowieso falsch, oder? Oder ist es halt jetzt wirklich so, nein, die Reihenfolge ist halt wichtig. Na, stimmt ja nicht. Die Reihenfolge ist wichtig. Na, ja, 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 ich bin dumm. Du kannst trotzdem auf die mittlere treten, aber nicht als zweites, sondern vielleicht als viertes. Okay. Gut, tritt in der richtigen Reihenfolge auf die Platten, um den Schalter zu erreichen, der die Tür öffnet. Der Boden leuchtet bei richtigen Platten blau und bei falschem rot auf. Wenn du auf die falsche Platte trittst, wirst du frittiert, dann musst du von vorne anfangen, also pass auf. Okay. Ja, okay. Oh, witzig. Du bist so, Frau Schindler. Du bist so, Frau Schindler. G-Gonchir. Ich glaube, dass die Schindler so sehr überrascht ist. Ich habe das Gefühl, das ist falsch. Ah, ich habe es gewusst. Ja, Entschuldigung. Das ist eben das, was ich mir gedacht habe. Oh, sorry. Ich habe Dingens gedrückt. Oh, scheiße. Das wollte ich nicht. Fäuerischer Knopf. Ah, ja, wir haben herausgefunden, was wir falsch gemacht haben. Es würde Fubeki nur belasten, wenn wir zu oft falsch liegen. Ich sollte mich lieber an den richtigen Weg erinnern. Na ja, ich bin so blöd, bin ich auch. So, nach vorn, sage ich mal, stimmt nicht. Das wirkt so richtig. Ja. Okay, wir müssen gar nicht in die Mitte. Wir können, glaube ich, einfach nach vorne fahren. Ist mir gerade aufgefallen. Noch ein bisschen, Yuma-Chan. Ja, das war schön. So, Entschuldigung. Ich muss ja älter rücken. Das geht ja dann. Das ist nicht automatisch. Wisch dir mal den Schweiß von der Stirn und vom Mund, Mädel. Das schaut nicht sehr gesund aus. Für all die Perversen da draußen. Ja, es war fehlerlos, natürlich. Der letzte war ein bisschen dumm. Aber ich bin abgelenkt gewesen von den Trompetenschlägen auf der rechten Seite. Und da muss ich sagen, ich war etwas... Ja! So, das Ding ist, wir können uns jetzt überhaupt nicht bewegen. Kann nichts machen. Er muss ihn gedrückt halten. Es könnte sich in je diesen Moment jemand vorbeischleichen. Ich weiß zwar nicht wieso, aber... Gefühle, aber... Ja. Ich drücke gerade herum, aber es funktioniert gar nicht. Ach so, er denkt, er muss zuerst den Arm einfangen. Ein intelligenter junger Mann. Einmal drehen das Ganze und dann noch einmal drehen. So, da... Oh, ey! Hörst! Oh nein! Aber wir müssen doch die Tür aufmachen. Ich kann mich nicht bewegen, oder? Können wir uns wieder auf? Ui, da ist er. Ja, das ist der Doktor. Aber... Piep, 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 piep. Voll in den Rücken. Dreimal! Das ist aber wirklich persönlich. Entschuldigung. Mir tut ja der Roboter ein bisschen mehr leid, das arme Ding. F. F. Ich weiß nicht. Fuchs? Sieht so wie gerastet aus. Ja! 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 Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Der muss wieder aufstehen. Ich weiß nicht. Vielleicht den Arm ausstrecken, dann kann er sich so hoch bewegen. Ah, okay. Nein, der macht das von selber. Sehr beeindruck... Jawohl! Sehr beeindruckend. Soll ich nicht zuerst das System ausscheuten? Ich habe das Gefühl, das wäre am gescheitesten, oder? Entschärfen, Dustin? Natürlich drücke ich noch nicht. Sicher nicht. Ich gehe mal da rüber, auf die ganz andere Seite. Bipp, 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 bipp. Aha! Stell dir vor, du stirbst so und dann kommt so ein Roboter rein. Und spiel dir erstmal die besten Töne der Welt ab. So, wieso? Er sagt sehr gut. Wieso? Ich habe sehr viel Spaß. Es tut mir herzlich leid. Soll ich mir zuerst die Leiche anschauen oder den Entschärfenknopf? Weil... Ich bin so... Ich habe das Gefühl, beides würde die Sache vorantreiben, aber... Ich bin so... 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 So entspannt, wie der am Boden liegt, Desuhiko. Ja. Ich habe ein wenig Angst, also bleibe ich hinten. Ich habe ihn schon gesehen. Oh, nein. Irgendwas? Ich glaube nicht. Ja, da liegt ein toter Armer Perl, das hast du gut erkannt. Was passiert denn jetzt? Achso, jetzt fährt er ein bisschen zurück. Verstehe, verstehe. Er muss ja genug Abstand einnehmen. Wir können uns dann wahrscheinlich das Protokoll ansehen. Das wird sicher wichtig. Weil, wie ist der Täter hineingekommen? Sehr gut. Ja. Ich glaube nicht. Ähm. Ich dachte, Desuhiko ist so... Na, ich bleibe hinten und warte. Ihr rennt zuerst. Das findet man schon raus. Na? Na, ist schon alles gut. Na, ist schon alles gut. Da, 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 da. Da sind wir schon. Doktor, wie läuft's? Übrigens, er trägt keine Schuhe, das steht in den Tipps, weil er findet, die Zeit für das Schuhe-An- und Ausziehen ist verschwendete Zeit, die er besser aufs Forschen benutzen kann. Aber jetzt, naja, wird er nie wieder forschen. Ähm. Der Doktor schaut so ungesund aus, diese aschfahle Haut. Wut? Haa. Wir? Ich weiß es nicht, was ich gehört? Ich habe ich gesehen, dass ich sie nicht so sehen. Ich bin schon noch die Wälder. Wiß ich nicht? Das ist nicht so, was ich? Ich will es nicht so sehen. Amapel! Ich will es auch wieder aufstehen. Und wie ist er wieder rausgekommen? Ja, der Arma Palace ist umgefallen. Als er reingekommen ist, also... Das ist eine total... nicht mögliche Verhandlung. Das ist aber ganz entspannt. Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? So viel Zeit, wie wir uns gelassen haben, wäre das ja auch eine Überraschung, wenn sie nicht kommen würden. Der schon wieder, jetzt... Bitte! Ah, hierher kommen wir! Als ob dich das interessieren würde. Jetzt krieg nicht gleich deinen Ausschlag. Ich würde ihm so gerne einen runterhauen. Ich würde ihm so gerne einen runterhauen. Wie willst du das denn machen? Mit deiner Fleischpeitsche? So... Die Zahl hast du doch aus der Luft gegriffen! Welche anderen? Wovon redest du? Und du... Wir haben noch gar nichts untersucht? Was? Bist du das wahnsinnsknusprige Beute? Oh! Chef! Huh! Was ist das jetzt gewesen? Um Gottes Willen. Was ist passiert? Geht's ihm gut? Schnell! Wir müssen nachschauen, dass es ihm gut geht. Mutig, mutig. Beim Würfelmann würde ich mich das nicht trauen. Ich bleib noch eine Weile so stehen. Oh! Die Friedenswächte sind so, ja, ich kann nichts machen. Ah, was war das jetzt? Hala? Nein. Nein. Okay, gut. Ich denke mir schon, Hala da, wollte ich sagen, aber... Oh mein Gott! Nein, 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 nein! Hey! Oh Gott! Oh Gott, Atme denn? Check his pulse, Yugi. Oh Gott, this will... He's the quals! Kisatsu Fink... ...dam. Oh! Okay, dann... Oh Gott, ich treffe mich sofort! W-w-w-w-w. Was? Und... Nein! 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 Nein, 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 nein! Nein! Das tust du mir nicht an! Nein! Nein! Mein Freund, wenn du jetzt irgendwas sagst, ja? Vorsichtig! Was stimmt denn nicht mit dir? Der Killer entkommt? Wie kann es einem so egal sein, wenn so ein Typ herumläuft, der Leute absticht? Oh Gott! Ich dachte, jetzt schlägt er zu? Weil sie so ein Menschenfreund sind? Das könnt ihr mir doch nicht antun, ihr könnt doch nicht ihn umbringen! Den Chef doch nicht! Wenn du jetzt... Oh mein Gott! Ich wollte gerade sagen, wenn du jetzt auf ihn zutrittst, dann haben wir... Oh mein Gott! Stopp! Jetzt hör doch mal auf! Oh, sie hat schon versucht! Sie hat schon versucht! Nein! Aber nicht der Chef! Der Chef doch nicht! Er kann doch nicht sterben! Ja. 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 Ich bin jetzt nicht so. Ich werde es schnell auf. Wie geht's das, Herr Schatz? W-Wah... 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 H-Wah... W-Wah... W-Wah... ...dwarboat ein... W-Wah... W-Wah... Wie könnte... Du bist很 engode hier? W-we... Woh... W-уб tidig nämlich 100€... W-I-W... Für ein Buch, dann gebe ich das nicht. Das Buch ist mir wichtiger, als Arbeit zu verrichten. Wieso können die sich so schnell bewegen? Das ist so dumm. Das ist so dumm. Ich mag das nicht mehr. Ich mag das nicht mehr. Nein. Ich bin so sad. Mein Junge hat. Mein Junge hat. Ich bin so sad. Was ist das Problem? Nichts ist wichtig. Ich bin so sad. Nein. Nein. Wenn jemand unbrauchbar ist, dann bin ich es. Weil ich überhaupt nichts tun konnte. Ich bin so sad. Ich bin so sad. Mach das. Ich bin so sad. Ich bin so sad. Ich bin so sad. Ich bin so sad. Ach das ist ein adressant. Du bist so sad. Der Chef darf nicht sterben. Komm schon, Mann. Ich kann damit nicht rumgehen. Wir müssen doch irgendwas tun können, oder? Ja, und er hatte einen Laborkittel danach an. Also hat er sich als Forscher getan. Ich bin so scheiße. Ob ich nichts machen können? Oh, oh Gott. Was? Was sollen wir jetzt tun? Was ist, ähm ... Ah, oh mein Gott. Wachungsbildschirm, erstaunlich viele Monitore. Ich kann wegen dem Stromausfall nichts auf den Monitoren sehen. Okay. Fubuki, wie geht es dir? Kurch, kurch. Es wird schon zweimal versucht. Zweimal. Nein, nein. Du hast alles richtig gemacht. Du hast nichts falsch gemacht. Ja. Du hast ... Was nicht geht, das geht einfach nicht, okay? Ich schwöre dir, wenn der Mann stirbt ... Dann weine ich, aber ... Ich habe schon Tränen in den Augen gerade, aber das geht nicht. Da darf ich sterben. Das ist doch nicht ... Das funktioniert nicht. Jetzt nicht, Shinigami. Toll, da stelle ich mal gerade hin. Das ist nicht ... Das ist keine gesunde Haltung. Das ist ja, da kriegst du ja Skoliose. Ich bin am Ende. Ich bin völlig fertig. Oh Gott. Das Spiel entzieht mir jegliche Lebenskraft. Ich bin sehr viel Spaß, das zu spielen. Ich bin einfach gerade im Moment völlig ... Na, du bist schon ein armes Schwein. Ist das wichtig? Das man? Das muss gut tun. Ich bin aber ... In dem Moment ... Dass er dich sehen kann? Ja, ernsthaft? Was? Ich bin ... Wir können nochmal mit ihm reden, aber ... Niemand lässt mich in Ruhe. Okay. Hm ... Es muss doch noch einen Weg geben ... Ja, ich weiß. Diese Schweine! Dafür schaust du aber eh ganz gut aus. Ich kann Tarnung nicht ohne meinen Rucksack benutzen. Es muss etwas sein. Da muss etwas sein. Irgendetwas. Was führte dich hierher? Ich bin, dass ich in der Klinik in der Klinik umgebracht habe. Ja? 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 Ich habe schon gesagt, dass ich von der Herrscher gesprochen habe. Ich habe gesagt, dass ich ein Verkaufsgeräusch habe. Und dann bin ich mit ihnen zusammengekommen. Ich habe mich mit der Herrscher geflogen. Und dann habe ich mit der Herrscher gesagt, dass ich mit der Herrscher die Herrscher in der Herrscher. Aber... Nein, nein, nein Nein, 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 nein Nein, 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 nein Wir müssen schnell hier wegbringen, aber Yomi und die Friedenswächter werden das nicht zulassen. Was sollen wir machen? Wie können wir diese Situation lösen?